Freunde, hier bin ich wieder. Hier ist der Mann der guten Larnen. Hier ist euer Andi, richtig toll. Wir sehen uns schon wieder. Die Jungs haben Stress, denn sie ziehen sich jetzt an. Und das heißt bei uns im Schwedischen alle manchen... Oh, Hässer! Hat das jetzt jeder kapiert, egal wo ihr zuschaut. Freunde, hier hat der Kameramann, schwenkt mal kurz die Kamera, denn ihr wisst ja... Ach so, ja, ihr seht im Stress. Seht euch das rein, Freunde. So soll's sein. Alter Schwede, diese Jungs. Auch hier, der Ralle hässst sich an. Das ist die Dany. Sie winkt. Das hier ist der Larsi. Der Larsi. Hier bin ich. Guck mal. Ich hab nur als Großmutter. Er ist schüchtern. Na ja, aber als Solo, Alter, Mädels, ihr könnt euch hier, hier unter Eulenlochhexen, Schömberg, bewerben. Denn lieber werben als sterben, das ist das Motto, Freunde. Bis dahin, die die diebt. Ich hab euch mega. Ich hab euch mega. Bye.